Ich glaube, wenn jetzt hier die Farm hinkommt, könnte das Gras verschwinden. Ich bin mir noch nicht sicher, aber wir werden es gleich erfahren. So, der Bauer macht sich jetzt nämlich auf den Weg. Für seine Farben bestellt er die Länder. Da kriegen wir einfach ein bisschen dauerhaftes Geld. Sehr gut. Die würden jagen, das ist in Ordnung. Wir haben viel zu viele Baumenschen. Und hier können wir jetzt nichts kaufen, weil wir kein Geld haben. So, ich grünen zumindest. Guck mal, leider bevor wir das machen. Nehmen wir uns noch Power an. Dann gucken wir, dass wir uns noch 1, 2 neue Bürger beschaffen. Sehr gut. Ich befrischte jetzt... Ja, ok. Genau das. Jetzt sind nämlich die weg. Das heißt, die gehen da auch nicht mehr jagen. Das heißt, wir können die Bäume auch abholzen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Den können wir übrigens auch Geld geben. Ah. Dann verschwinden die. Ja, also lieber ein bisschen Geld, als dass alle meine Arbeiter drauf gehen, ehrlich gesagt. Glaubt ihr noch ein bisschen? Ja, habt ihr nicht. Ja, auch nicht. Ist das noch mehr? Ah, geht das. Ah, okay, wenn ich den jetzt aber wegnehme, verschwindet das Dorf, dann kann ich hier. Das will ich nicht. Da warte ich lieber noch ein bisschen. Ich glaube, ich bin. Aber ich bin. Da habe ich gesagt, ich bin. Ich bin. So, die basteln dann nämlich einen Katapult. Man kann gar nicht, gar nicht genug Bogenschützen haben. Für die Bauersburschen da jetzt mal die Erbauer. Hier ist eine neue Mauer. Da ist ein Turm, aber keine Mauer mehr. Ein Gold? Nicht jetzt. Jungs, das muss aber besser werden. Du hast doch bestimmt noch einer von euch. Ja. Klicks. Den Händler greifen sie zum Glück nicht an. Aber... Hallo? Ja. 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 Okay. Ernsthaft? Oh nein. Alle Bauern sind keine Bauern mehr. Das ist Mist Okay Also Auf geht's Weg damit Auf geht's Auf geht's Guck mal Platz oder Dörf Wir sehr viele Bogenschützen Vielleicht ein bisschen mehr als ich brauche Lieber so Gut Da ist jetzt eh keiner Ich bin ganz klar Ich bin ganz klar Ich bin ganz klar Drei Ich bin ganz klar Ich bin ganz klar Und jetzt Ich bin ganz klar Ich habe nicht so Ich bin ganz klar Wir machen das Ich glaube, weil ich noch keine Ritter habe, man kann noch Ritter bekommen, wenn man das hier noch mal upgradet, die sind so bescheuert, hier liegt noch ein Hammer, auch Leute. Pack 10. man kann leider nichts abreißen das heißt wenn man jetzt sagt hier den bogen schützen den brauchen wir nicht mehr keine chance das ist natürlich richtig doof so ich will jetzt hier gerne die mauer bauen vielleicht so dann kommen jetzt hier nehme ich gleich die bogenschützen hin und das katapult und dann kann ich auch meine bauern wieder da hinschicken das ist gleich noch eine zweite mauer und 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 Äh, hallo? Was ist das? Oh, Trollo. Oh, Tcha Tcha Tcha. Ah, das ist das. Oh, Tcha Tcha Tcha. So, zeigt mal her, wie viel Kohle habt ihr denn? Da lohnt sich doch auch schon mal ein Katarot. Na, na, na. Ein Gold. Amen. Okay. Ach guck mal, die Feder verschwinden, dafür kommt das hohe Gras wieder. Das heißt, hier kommen auch wieder Hasen. Gangeweile. Interessant. So, da haben wir jetzt... Ah, guck. Sieht auch tagsüber aktiv. Ach du Scheiße. Ist ja nicht so geil. Wieso sind hier die tagsüber aktiv? Gut. So, da haben wir jetzt eigentlich erstmal Mut abgesichert. Er kann jetzt in Ruhe sein Feld bestellen. Hier kommen jetzt wieder ein paar Hoppelhasen, die kein Mensch abschießt. Oh, was muss man da was? Okay. Blut. Mond. Ach du Scheiße. Blut. Unsere beiden Mauern sind so weit voneinander entfernt, dass ich aber auch einfach nicht weiß... Was lohnt sich einfach nicht von nächster Reich zu galoppieren, ne? Weil wir können ja sowieso nichts machen. Man kann ihn noch mehr aufrüsten. Krass. Tag zwölf. Wieso war das Team denn? Kein Blut. Okay, die nächste Mauer kommt hier. Das ist mir um sich einfach nicht. Mal. 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 so mal schauen was die keiner geht es noch weiter ich dachte da wäre vorbei wäre jetzt doof wenn ich bin natürlich schade ok er will sehr lang Tür wir kommen durchs andere tor nicht zurück weil es an ist schon doof hä kann hier eine Mauer weiter weg von zu hause geht ja wohl gar nicht mich hier jetzt ok es geht ich komme dran vorbei was passiert denn ich das hier mache so ok kannst du wirklich noch mehr ausbauen bin ich aber gespannt eine noch höhere Steinmauer gut so der Herr haben wir ein bisschen was abgeerntet gut gut ja ja ok ich glaube wir können jetzt Ritter uns anschaffen und mit denen können wir dann einen Angriff auf eine der Seiten starten jetzt holen wir uns erstmal ein paar neue Mitbürger das ist immer gut gut ja Nummer eins Nummer zwei beeilt euch doch bitte das wäre sehr schön die Sonne geht nämlich schon wieder unter zwei 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 die 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 jeder der jetzt schon drei hammer wer braucht hammer der brauchst du viele hammer hatte ja die hoffnung dass sie hier noch ein bisschen jagen gehen aber offensichtlich nicht